Wir befinden uns hier in Niederbeisheim, ein altes Rittergut, das Hauptgebäude errichtet in 1647. Wir sind im Moment an den Sanierungsarbeiten, an dem Anbau, wird energetisch saniert. Ja, Fachwerk Bauweise, in dem Fall hier ganz klassisch, ausgefacht mit Lehm, unser Material. Ich bin Stunkateurmeister, war 30 Jahre selbstständig, hab dann auch angefangen mit Lehm zu arbeiten, aber dann hab ich den Bauherrn gefragt, der Lehmputz von mir haben möchte, sag ich, das geht gar nicht, kann ich nicht. Dann hab ich mich da reingearbeitet und das macht so einen Spaß. Das ist ein ganz anderes Arbeiten wie so ein konventioneller Stuckateur, der nur ein Sackaufreißer ist. Also, wir arbeiten mit ganz anderen Menschen zusammen und macht halt Spaß. Ich kenne viele Handwerker, die sich das vorher nie hätten vorstellen können, mit Lehm irgendwas zu tun. Und wenn das erste Mal die Hände im Material gewesen sind, sie gesagt haben, wow, das ist genau das, mit dem ich arbeiten möchte. Lehm hat eben eine ganz große, hervorragende Eigenschaft, gerade im Fachwerkbereich. In dem Moment, wo er feucht wird, fängt er an zu quillen und vergrößert sich. Und dadurch drückt er eigentlich das Holzgefach aus wie ein Membran. Das heißt, nach den ersten fünf Minuten Regen sorgt eigentlich der Lehm durch ein Quellverhalten dafür, dass nicht noch mehr Feuchtigkeit eindringt. Wenn man das Ganze jetzt mit einem Ziegelstein ausgefacht hätte, mit einem harten Material und da Feuchtigkeit zwischen Fachwerk und Balken eindringt, dann macht der gebrannte Stein oder das auszementierte Gefach eben nicht diese Funktion des Membrans, des Abdichtens. Und dadurch dringt eben noch mehr Feuchtigkeit den Innenbereich und dadurch werden dann eben die Feuchteschäden eben auch immer noch größer. Der Lehm sorgt eben auch immer wieder dafür, dass das Fachwerk heruntergetrocknet wird, dass Feuchtigkeit, die am Balken entsteht, immer wieder vom Lehm aufgenommen wird. Und das ist eben auch der Garant dafür, warum unsere Fachwerkhäuser so alt geworden sind, warum eben es auch immer wieder funktioniert, dass wir Häuser aus 16, 15, 16, 100 bekommen, weil einfach der Lehm immer dafür gesorgt hat, dass das Holz in einem trockenen Milieu ist und dadurch eben auch wegen wenig Schädingsbefeilung, wegen wenig Schäden hat. Diese Symbiose Holz und Lehm gibt es mit keinem anderen Material. Ja, hier befinden wir uns jetzt an einem kleinen Anbau noch auf der anderen Seite von dem Rittergut. Das Holzwerk ist weitestgehend so, wie es ist hier in Ordnung im Gefachbereich, hier ausgemauert mit einem Lehmstein. Für den Laien sieht sie vielleicht erstmal schlimm aus und da denkt sich, Mensch, die wird aber so nicht mehr alt, aber eine Ausfachung, die ja auch so schon gut 100 Jahre drin ist und auch funktioniert hat, wo sich einfach die oberste Putzschicht gelöst hat und dann könnte man auch dieses Gefach einfach mit einem Kalkputz wieder überputzen, ohne jetzt das ganze Gefach auszubauen und komplett zu erneuern. Das heißt, einen Untergrund, den man sich so eigentlich, wenn er im Fachwerk noch vorhanden ist, wünscht. Natürlich fragt man sich, wie haben die das damals gemacht? Die hatten natürlich damals nicht die Maschinen, die wir zur Verfügung hatten, haben deswegen auch anders mit Mischungen gearbeitet. Das heißt, wir stoßen auf Lehmputzer, die im Unterputzbereich einen sehr hohen Strohanteil haben. Hatte damals was zu tun, dass man eben ein sehr fettes Material hatte, hat es mit Stroh gemischt und hat es eben händisch sozusagen an die Wand gebracht. Das ist dann auch in den Trocknungsprozessen sehr stark gerissen. Wir sehen ja hier auch mit unserem Lehm beim Ausbessern des Untergrundes auch Risse. Wenn man heute im Baubereich einen Riss generiert, ist das immer erst mal ein schlechtes Zeichen. Das heißt, immer sagt der Bauer, da hat es ja einen Riss gegeben. Ist das denn so in Ordnung? Reißt das denn immer wieder? Aber gerade im Lehmbereich macht man sich eigentlich die Risse zu Nutze, damit die nächsten Schichten, die oben drauf kommen, eben auch wieder eine gute Verkrallung hatten auf den Untergrund. Hier haben wir noch einen Einblick in die Unterkonstruktion, wie das Ganze aufgebaut ist. Das heißt, wir haben unten drunter unseren Eichenbalken. Auf den Eichenbalken, wenn der Putz abgängig ist, das heißt das alte Material sich vom Untergrund löst, tackern wir heute ein Schiffrohr, Putzträger als Putzträger auf den Balken drauf, damit unser Lehm dann auch wieder die Möglichkeit hat zu halten. Früher hat man für solche Fälle Weidenruten, Haselnussruten genommen, hat die aufgespalten, hat jede einzelne Route sozusagen auf den Balken genagelt. Und heute steht uns da ein Schiffrohrgewebe zur Verfügung, welches wir auf solchen Rollen schon geliefert bekommen. Das heißt, es ist ein Material, was als 70-stängeliger Putzträger sozusagen dann aufbringbar ist. 70 Stängel deswegen, weil es 70 Stängel auf einen Meter sind, das heißt keine 100 Stängel. Das wäre nämlich dann eine Sichtschutzmatte, gibt es im Baumarkt auch, aber als Putzträger nicht geeignet, weil da kein Material durchdringt. Das heißt, hier geht es darum, eigentlich nur einen Haftgrund zu schaffen auf den Untergrund. Und da ist es wichtig, dass der Lehm eben nicht nur oben drauf liegt, sondern eben auch durch das Material hindurch kommt. Hier ist ganz gut, da sieht man es ganz schön. Hier hat schon irgendwann einer mal den Rest Lehm hingedrückt. Der verkrallt sich eben recht schön um dieses Schiffrohrum rum und dadurch gibt es hier hohe Festigkeit. Lehm besteht aus Ton, Schluff und Sand. Ton ist also das feinste Korn, das man dort in der Mineralogie hat. Also alles, was unter 2 µm ist. Dann kommt da drüber der Schluff, das ist von 2 µm bis 63 µm. Und da drüber ist dann der Sand. Alles, was über 63 µm ist Sand. Dann kämen noch Kies, Brocken und Gebirge. Und dann ist der Ton also nur das feinst Korn. Und Tonschluff und Sand gibt dann den Lehm. Wir könnten jetzt einfach mal den Spaten in die Hand nehmen und mal ein bisschen buddeln. Gleich in der Oberfläche. Und dann können wir uns das angucken. Das heißt, wir haben dann hier das klebrige Material. Der ockerfarbene Lehm, den man so kennt. Wenn der jetzt Verunreinigungen drin hat mit Steinchen und so weiter, dann muss man den erstmal durchmalen. Kollern heißt das dann in der Fachsprache der Ziegler. Und man sieht aber hier schön diese kleinen Tonplättchen der anthrazitfarbenen Tonlage, die also dann im Grunde den fetten Lehm bilden. Oder eigentlich das Produkt der Tongrube erzeugen. Das ist nämlich ein reiner Ton. Das sieht man hier an den Tonplättchen. Und wenn man die ein bisschen nass macht, Sie sehen das hier schön, dann kommt man gleich aufs Töpfern. Und das ist ein Ton. Und wenn man den mit ein bisschen Sand vermischt, dann hat man einen sehr fetten Lehm. Bei sehr fetten Material sprechen wir von Lehmen, die sozusagen von ihrer Zusammensetzung so tonhaltig sind, dass sie so wie sie sind nicht verputzbar wären, weil sie so reißen würden, weil sie so fett sind, dass sie sich von der Wand wieder von alleine lösen würden. Und solche Lehme, die zu fett sind, muss man eben abmagern. Das hat man früher mit einem hohen Strohanteil gemacht. Wir machen das heute auch mit Sanden. Das heißt, man packt Zuschlagstoffe dazu, die den Tonanteil des Lehms ein wenig nach unten bringen und dadurch ein Material schaffen, welches dann eben auch verarbeitbar ist, welches nicht so arg reißt, dass es wieder von der Wand fällt. Und da kommt es eben ganz darauf an, zu gucken, aus was für einer Grube ist mein Lehm, wie ist die Grundzusammensetzung, ist der eher schluffig, ist er eher fett und dann weiß ich auch, was ich nachher dazu bringen muss oder zusetzen muss an irgendwelchen Zuschlagstoffen, um ein Material zu bekommen, das dann eben für die einzelnen Anwendungen eben brauchbar ist. Jetzt gehört es zu der Renaissance des Lehmbaus in den letzten Jahren dazu, dass der dann oft abgelehnt wurde, weil der ist ja nicht geprüft. Dann kann man das selber prüfen, kann man eigene Prüfkriterien entwickeln. Es gibt noch so eine alte DIN-Norm aus den 50er Jahren. Dann hat man damit versucht, dann wieder Leben zu klassifizieren. Das hat aber im Grunde nicht dazu geführt, dass man jetzt eine rechtsgültige DIN-Norm hat. Und das wollten eigentlich alle auf dem Bau eine Sicherheit haben. Ist ja klar, der Bauherr will eine Sicherheit haben, der Architekt will eine Sicherheit haben und der Handwerker will eine Sicherheit haben. Und da ist so eine DIN-Norm, das Deutsche Institut für Normung, ist dann schon von Vorteil. Vor allem kann man damit auch dann erreichen, dass der Lehm, wenn er DIN geprüft ist, auch mit anderen DIN geprüften Baustoffen gleichziehen kann, weil er den gleichen Prüfkriterien unterzogen wird. Und das ist dann geschehen. Also seit drei Jahren gibt es drei DIN-Normen. Es hat sich also weiterentwickelt, es ist nicht eine alte DIN-Norm wieder frisch gemacht worden, erneuert worden, sondern es ist dann auf den üblichen Stand erneuert worden. Und zwar dahingehend, dass es eine DIN-Norm für Lehm-Mörtel gibt, eine DIN-Norm für Lehm-Putze und eine für Lehm-Steine. Vor allem, sagen wir ganz einfach, ist der Lehm damit aus der Schmuddelecke raus. Der ist geprüft. Wir haben jetzt hier eine ganz moderne Bauform, einen Holzständerbau, wie man es im Fertighausbau, im heut modernen Neuhausbau sozusagen findet. Eine klassische Variante mit einer Lehmbauplatte, noch nicht so geläufig, also gibt es noch nicht so lange auf dem Markt. Geht aber auch genauso mit einem Massivbau oder einem alten Fachwerkhaus. Also es gibt eigentlich für den Lehm keinen Ort, wo er sich nicht im Innenbereich gut tut und für ein gutes Klima im Haus saugt. Das ist eine relativ neue Idee, sage ich mal. Also die bestehen komplett aus Lehm und ich nehme mal an, Strohanteil ist auf jeden Fall da drin, das kann man nicht so genau sehen. Es kann auch sein, dass da ein Holzhäckselanteil noch drin ist. Es könnten auch Holzhäcksel sein, was das ist hier. Und dann ist die so hergestellt, dass hier unten erst eine Schicht Lehm aufgetragen wird. Ich nehme mal an, auch so eine Art Gummiband. Dann ist hier ein Gewebe drin. Dann ist eben diese 16 Millimeter Lehm-Schicht und oben ist nochmal ein Gewebe drin. Und das macht eben die so ein bisschen flexibel, die Platte, dass da zwei Gewebeschichten drin sind. Ansonsten müsste ich ja anfangen jetzt und hätte eben nur als Putz, sage ich mal, einen halben Zentimeter oder drei Millimeter. Und damit ich eben eine gewisse Lehmstärke habe, damit ich auch den Effekt vom Lehm habe, nehme ich eben so eine Platte drunter, damit ich schon mal eine gewisse Menge habe einfach an Lehm. Lehm ist ein traditionelles Produkt. Die Lehmbauplatte gibt es erst einige Jahre auf dem Markt, auch in verschiedenen Ausführungen. Mit Hohlraum in der Mitte, mit Schilfrohr als Träger in der Platte oder in dem Fall, was wir jetzt hier haben, eine massive Lehmbauplatte. Wir haben alle so ihre Berechtigung. Die hat eben einen hohen Lehmanteil. Das heißt auch eine gute Möglichkeit, Feuchtigkeit nachher hier im Raum aufzunehmen und wieder abzugeben. Eine gute Möglichkeit, Wohngifte, Gerüche zu speichern und zu binden. Und wenn ich jetzt anfangen sollte über Leben eine Hommage zu singen, dann würden wir noch lange hier stehen. Und fang mal an der linken Seite an. Immer schöner, wenn man den Rest stellt. Was macht immer noch? Bisschen noch? Ja. Wieder zocken. Ja, halt mal. Laut Hersteller gibt es nur die Möglichkeit, die mit einem Cuttermesser zu schneiden. Und zwar, ich kann das mal zeigen, wie das funktioniert. Und zwar nimmt man ein Brett oder eine Wasserwaage eben und soll das schneiden. In dieser Art und Weise. Man muss eben ein paar mal öfter schneiden als bei einer Rigipsplatte und fester drücken, damit es auch durchschneidet. So, jetzt drehen wir die mal hochkant. So, jetzt kann man das Ganze knicken. So, und jetzt muss man natürlich das hintere Gewebe, was da drin ist, auch noch durchschneiden. Das wäre jetzt der normale Schneidvorgang. Was auch funktioniert, was ich jetzt dabei unpraktisch finde, sind eben diese Kanten. Wenn man jetzt mal so rüber guckt, die Kante ist nicht besonders gerade. Wenn ich jetzt hier mal die Wasserwaage ran halte, gerade ist was anderes. Und eben, die ist hier so ein bisschen ausgerissen. Und ich finde das oft unpraktisch, weil auch die Maße dann oft ungenau werden. Und deswegen haben wir uns überlegt, man muss das mit einem Blatt schneiden. Dann haben wir angefangen, mit einer Flex das zu schneiden. Das macht aber einen Riesenstaub und das ist auch laut und total unangenehm. Und das wird auch ein bisschen schief mit einer Flex. Bis wir dann einen alten Fliesenschneider gefunden haben, wo wir das Blatt drauf gebaut haben. Und haben uns überlegt, man braucht ja auch eine Platte dafür, wo man das irgendwie dran baut, wo man die Platten auch drauflegen kann. Und dann haben wir eben diese Maschine gebaut, mit der Platte dran, dass man sagt, man kann auch die Platten überall auflegen, man kann die schieben und kann eben dementsprechend damit umgehen. Und das funktioniert jetzt. Das ist jetzt eine ganz neue Erfindung. Wir haben einfach mal extra für diese Baustellen probiert, wie kann man das am besten umsetzen, weil sonst an Quadratmeter ist einfach relativ viel, was hier ist. Und da merkt man irgendwann, man stößt an seine Grenzen mit dem, was angegeben ist. Da muss man eben selber gucken, wie kann man das umsetzen, wie kann ich mir da was ausdenken, was auch funktioniert. Was auch jeden Tag funktionieren muss. So, die letzte Platte. So, machen wir hier oben zuerst fest. Ja? Mhm. Okay. Das ist ein sehr schnelles Bauverfahren in Holzrahmenbauweise. Man hat sehr kurze Trocknungszeiten, weil kaum feuchtes Material eingebaut wird. Und ich bin mit der Lehmbauplatte einfach schneller im Ablauf. Das heißt, ich habe keine Trocknungszeiten, die mein Lehmputz in dieser Stärke natürlich Wochen bräuchte, um trocken zu werden. Das ist in dem Fall jetzt mit der Lehmbauplatte eben nicht da. 80 Prozent unserer Oberfläche hier in Deutschland sind Lehm. Unsere Lehmgrube ist 15 Kilometer von hier entfernt. Das heißt, Material, welches wir hierher fahren, hat auch keine langen Laufwege über Autobahnen und so weiter. Das heißt, auch der Fußabdruck bei den Transportwegen ist ein sehr geringer. Und damit sind auch die Kosten wieder sehr gering. Also wir sind beim Lehmputz, wenn man es auf Tonnen hochrechnet, ist es mit eines der günstigsten Materialien, was Sie kriegen. Also in dem Sack ist jetzt Oberputz drin. Das ist eigentlich das, die Oberfläche, die nachher oben drauf kommt. Das heißt, das ist eine relativ feine Sandmischung. Da ist jetzt eine Sandmischung von 0 bis 2 Millimeter ungefähr drin. Und ein gehäckseltes Stroh, das ist ungefähr, kann man so ziemlich genau sehen, so einen Zentimeter ungefähr lang. So 8 Millimeter bis einen Zentimeter lang. Ist eben relativ feines Stroh, weil es eben auf der Oberfläche auch eine feine Struktur geben soll. Wenn das jetzt ein Unterputz wäre, dann wäre noch gröberer Sand mit drin, also eine gröbere Körnung ein bisschen, weil er dann auch dicker aufspritzen kann eben. Und das Stroh wäre länger, weil er eben dann ein bisschen flexibler wird. Das ist so das Prinzip davon. Hierbei ist natürlich jetzt bei unseren Lehmbauplatten nehmen wir eher das Material, weil das Material sich eben dünner ausziehen lässt. Und manchmal fast auf null ausziehen lässt, weil ja eben die Körnung nur 0 bis 2 Millimeter sind. Bei einem Unterputz wären wir jetzt, sag ich mal, bei 3-4 Millimetern. Weniger geht dann gar nicht, weil dann bin ich auf dem Korn drauf. Das geht dann eben nicht. Deswegen nimmt man jetzt hierfür auch zum Grundieren den Oberputz. So, dann kommt einfach ein bisschen Wasser rein. Und je nachdem, was ich jetzt damit machen will, muss ich natürlich die Konsistenz verändern. Wenn ich jetzt eine dickere Schicht aufziehen will, muss ich es eben ein bisschen dicker machen. Oder ich will nur einen Feinfutz machen, dann mache ich es relativ dünn. Und auch jeder einzelne Mitarbeiter möchte das immer ein bisschen anders haben. Der eine, der zieht das lieber dünn auf und wartet ein bisschen. Der andere zieht das eher lieber ein bisschen dicker auf und so das Ganze individuell. Das ist manchmal schon entscheidend. Wenn wir jetzt zum Beispiel dickere Schichten auftragen, das wäre jetzt nicht das Material, sondern ein Unterputz mit längerem Stroh. Wenn wir den auftragen, zum Beispiel auf eine Wandheizung, dann haben wir, sag ich mal, Stärken von 2 cm, 2,5 cm. Wenn das Material dann nicht stimmt und der am Mischer macht was falsch, dann kann es auch sein, dass am Ende des Tages da eine ganze Wand wieder runterfällt. Das lernt man eben dann daraus, wenn das mal passiert ist, dann denkt man, vielleicht sollte ich dann doch lieber noch ein bisschen anders wischen. Und das ist eben jetzt so, was man nehmen würde als Konsistenz für diesen Oberputz eben. Es gibt Leute, die können das vom ersten Tag an, die wissen genau, wenn die hier reingucken, das ist jetzt genau so und so dick. Es gibt aber auch Leute, da dauert das eben ein, zwei Jahre, bis man das verstanden hat. Und es ist oft so, wenn man das selber mal gemacht hat, weiß man genau, was hinten aus dem Schlauch auch wieder rauskommen soll. Dann kann man es eben noch nicht so einschätzen, wofür brauche ich das Material jetzt überhaupt. Oft hilft es auch, wenn man die Klappe vorne einmal aufmacht und guckt, wie fällt es raus. Zum Beispiel, wenn ich es jetzt aufmache, das wäre das Material jetzt, wenn ich so mit dem Finger durchgehe, merke ich schon, das klebt ganz gut und es ist nicht zu fest. Darum geht es eben. Wenn das zu fest ist, dann kann man damit nicht putzen. Dann hat er da drinne ziemlich Mühe, das überhaupt an die Wand zu kriegen. Deswegen muss es immer, genug Wasser muss auf jeden Fall immer drin sein. Gerade für diese Zwecke, wenn das eben so schnell auf der Wand zieht. Jetzt muss es relativ zügig gehen. und dann kann ich? Zitzen, die Zitzen und die Zitzen werden. Das war's für heute. In diese Unterputz-Lehmlage kommt ein Armierungsgewebe mit rein, das ist jetzt einfach dafür da, dass wenn an diesem Holzrahmen Bewegungen entstehen, diese Bewegungen aufgefahren werden und sich nicht in Form eines Risses nachher auf der Oberfläche abzeichnen. Dieses Glasfasergewebe lässt sich auch eigentlich, wenn man an Reversibilität denkt, nachher gut wieder trennen. Das heißt, wenn ich das jetzt nehmen würde und würde ziehen, kann ich das auch so wieder auch im trockenen Zustand wieder aus der Wand heraus trennen. Das heißt, auch dieses Produkt Lehm bleibt damit immer noch ein Produkt, was ich nachher am Ende eines Baus auch wieder leicht entsorgen kann. Ich kann es wieder in den Garten packen, es ist kein Sondermüll, das Gewebe nehme ich raus und kann es da auch ordentlich trennen. Die Varianten des Jutesgewebes haben sich nicht bewährt, weil einfach die Produktionsstätten, wo Jutegewebe heute hergestellt wird, nicht mehr in Deutschland liegen und damit eben auch nicht gewährleistet werden kann, dass das Material ökologisch gut und auch arbeitstechnisch vernünftig hergestellt wird. Und deswegen entscheiden wir uns hier eben für ein Glasfasergewebe, was optisch erst mal nicht so den ökologischen Blick eines Lehmputzes unterstreicht, aber wesentlich vernünftiger ist wie alle anderen Sachen, wo wir nicht sagen können, wo es herkommt. Jetzt tragen wir den Oberputz auf und versuchen möglichst den Putz platz zu kriegen, damit wir nachher mit dem Bearbeiten weniger Probleme haben, um kleine Löcher oder so zu kriegen. So jetzt muss man warten, bis die Wand angezogen ist. Man spürt, wenn man mit den Fingern drüber geht, ganz leicht natürlich, es ist ein bisschen angezogen. Auf die Wand ist um einiges frischer, man kommt automatisch tiefer. Die ist noch nicht so weit, aber die ist schon zum Pilzen bereit oder zum Reiben, je nachdem, wie man es nennt. Zum Reiben nehmen wir so ein normales Schwammbrett oder Pilzbrett genannt und dann brauchen wir einen Pinsel für die Ecken, einen großen, für die Fensterlaibung einen kleinen und nachher noch einen Schwamm, um die Schlieren wegzumachen. Man nimmt ein bisschen Wasser dafür, weil zu viel schmiert man einfach nur rum und hängt an zu reiben. Wichtig ist, dass man mit dem Brett die ganze Zeit auf der Wand bleibt und nicht so reibt, weil so macht man nur noch mehr Wellen rein und das versucht man zu vermeiden. Je nach Zustand der Wand, muss man mal mehr, mal weniger Wasser nehmen. Möglichst alle Löcher zureiben, damit wir eine gleichmäßige Oberstoffe kriegen. Jetzt nehmen wir den Schwamm, den auswaschen und ausbringen und dann machen wir das Gleiche nochmal. Also, ich sage, das war übrigens so. Dann pasausendet er predict, ob es sein Bes核 ist. Aufsuchen fysION. Hier die nächste Schicht, die aufgebracht ist, ein feiner Lehm-Oberputz mit einem kurzen Strohanteil drin, hat der Kunde sich so gewünscht, gibt auch die Möglichkeit, das ohne Stroh zu machen, wenn jemand sagt, in so einem Neubau wie dem, in so einem innovativen neuen Haus möchte ich kein Stroh, das ist eher was, was in den Altbau gehört, geht das natürlich auch nur mit einem feinen Lehmputz ohne Strohanteil, hat eher was Dekoratives und was, was der Bauer sich hier so gewünscht hat. Die Oberfläche wird aufgezogen, wird aufgespachtelt in einer sehr dünnen Lage, wir sprechen jetzt hier über zwei Millimeter, das heißt, gestern war hier noch der Grundputz drauf, heute schon der Oberputz, ab morgen kann man dann im Endeffekt anfangen zu streichen, das heißt, ganz kurze Trocknungszeiten und von Oberflächen eben auch andere Festigkeiten, wie die, die man vom Lehm kennt, hat nichts damit zu tun, das Lehm, was beigemischt wird, was ihn heute fester oder härter macht, wie es früher gewesen ist, sondern einfach nur die Abstimmung von verschiedenen Sanden, von verschiedenen Körnungen aufeinander, mit verschiedenen Zuschlägen, Stroh- oder Feinstfasern, also Naturfasern, die reingebracht werden, erzielen heute eigentlich bei unserem Lehmputz eine Oberfläche, mit der man sich nicht mehr verstecken muss, also wo man nicht sagt, das ist so empfindlich, das ist so weich und das möchte ich nicht, sondern eigentlich eine Oberfläche von einem, mit einer guten Festigkeit, wo nicht mehr viel passiert. Wir sind hier in der Lehmwerkstatt, hier oben stellen wir unsere Lehmfarben her und alles, was damit zu tun hat, also Lehmstreichputze, Lehmfarben, je nachdem, was der Kunde so wünscht. In das Kaolinweiß kommt erstmal ein Kaolinlehm rein, das ist ein ganz reiner, weißer Lehm, der ist hier irgendwo aus einer Grube in Deutschland, ich glaube im Harz, das macht eben gut die Hälfte ungefähr der Farbe aus. Und das ist teils gemischt mit Marmormehl oder eine Kreide, je nachdem, was man für ein Material braucht. Der dritte Teil ist ein Zellulose als Festiger für die Farbe, weil wenn ich nicht nur Lehm hätte, wäre ich eben zu weich, ich hätte einen zu hohen Abrieb an der Wand, also ich könnte mich nicht ranlehnen, ohne ständig weiß zu werden von der Wand. Also bei der Farbe ist es so, ich kann natürlich mit meiner letzten Schicht, die ich aufbringe, alles richtig machen oder auch alles falsch machen. Das heißt, eine Beschichtung auf die Oberfläche, die nicht diffusionsoffen ist, die nicht atmungsaktiv ist, mache ich eigentlich meinen ganzen Aufbau, den ich unten drunter habe, wo ich eine hohe Möglichkeit geschaffen habe, Raumfeuchte aufzugeben, komplett wieder kaputt. Das heißt, deswegen ist es da schon wichtig, mit Materialien zu arbeiten, die entweder ähnlich dem Lehm sind, also Lehmfarben, oder ich arbeite mit Kalkfarben, mit reinen Kalkfarben oder auch mit Silikatfarben, wenn ich von der Oberfläche ein bisschen mehr Festigkeit möchte. Aber das offenste oder das, was am feuchten Aufnahmefähigsten ist und auch dem Material, was unten drunter ist, am ähnlichsten ist, sind die Lehmfarben. Wenn ich den jetzt kaufe, es ist ja ein trockenes Material, dann nehme ich den Sack aus dem Eimer raus, kann in den Eimer gleich Wasser reinmachen und kann das Pulver dann da reinschütten. Deswegen haben wir irgendwann gesagt, wir nehmen jetzt einen Eimer und einen Sack, dass man eben das gleich benutzen kann. Es gibt Lehmfarbenhersteller mit 236 Farben, die dann auch pigmentiert sind. Bei uns ist es so, dass wir gesagt haben, wir beschränken uns rein auf die Farben, die wir sozusagen als Tonmaterialien, als Ursprungsmaterialien finden. Das heißt, in unseren Farben sind keine Pigmente drin, sondern verschiedene Tone aus verschiedenen Gruben hier aus Deutschland. Ich habe hier ein Orange. Das ist so eine Art Mischung zwischen Gelb und Rot. Das ist ein schöner Orangeton. Dann haben wir hier unten ein Grau. Das ist eher so für den modernen Bereich. Das ist wirklich mehr so ein Steingrau. Dann geht es hier weiter mit dem Gelb. Das sieht so aus. Und hier haben wir jetzt das, was als Lehmweiß genannt wird, was nicht Kaolin ist, sondern normaler Lehm. Normaler weißer Lehm. Der ist eben, der ist, würde ich sagen, Gipsfarben. Also der ist nicht rein weiß. Da haben wir hier das Marmor-Mehl, was wir immer dazwischen mischen. Das ist noch weißer. Wenn man das als Vergleich jetzt sieht hierzu, das ist wirklich ein ganz anderer Farbton nochmal. Da sieht man auch, dass der weiße Lehm eigentlich ein bisschen grau ist. Und dann gehen wir hier weiter. Dann haben wir hier noch einen grünen Lehm, was man auch als grün bezeichnen könnte, aber ist halt eine Naturfarbe in grün. Und dann haben wir hier noch unser Rot. Das ist ziemlich extrem. Das ist ein Rubinrot. Nennt sich das. Das färbt wirklich alles schön durch im schönen Rot. Gut. Der Vorteil ist vielleicht der von uns als kleiner Hersteller, dass es fast ein Manufakturbetrieb ist. Das heißt, wir sind direkt am Kunden, können also auf Kundenwünsche bezüglich Glimmer, Zuschlagstoffen, alles, was so noch da auch in einer Lehmfarbe noch mit einzubringen ist, als Effektmaterial, eben auch direkt darauf eingehen. Das machen eigentlich relativ viele Leute. Das ist ein ganz weiches Glimmermaterial. Das wird so eine Art, das Rohmaterial davon sieht aus wie ein bisschen wie ganz dünnes Glas. Und das malen die eben ganz fein. Das kommt oben im Norden irgendwo her. Und das kann man nachher zu einem gewissen Teil in die Farbe reinmischen. Und da sieht das wirklich nachher so aus wie meine Hand, wenn man das frei reibt. Der Vorteil davon ist, man sieht das nur im Licht. Also wenn man gerade auf eine Wand drauf guckt, sieht man das nicht. Und erst wenn das Licht dran vorbeischeint oder man hat eine bestimmte Beleuchtung dran, dann ist es überhaupt erkennbar. Von daher sagen viele Kunden, Mensch, das hätte ich gerne drin. Man sieht es ja nicht immer. Obwohl man erst mal bei Glitzer sagt, nee, Glitzer, das ist nicht so meins. Wie kommt man zum Leben. Ja, das Leben hat mich dann irgendwann zum Leben geführt. Und da war ich in der Betonbranche. Und dann hat sich einer aus dem Betonhaus ein Lehmhaus gemacht. Da habe ich erst gedacht, wie will er denn das gemacht haben? Klatscht er den Lehm da an die Betonwände? Wie soll das gehen? Dann war er fertig nach drei Monaten. Also das Betonfertigteil dahingestellt. Da war er dann in den Ausbau selber. Da war er nach drei Monaten fertig. Das gibt es doch gar nicht. Ich hatte mit ihm vereinbart, ja, ich darf da mal kommen, gucken. Komm da hin, Klingel, Haustür auf. Da hat sich mein Leben geändert. Weil ich das andere Raumklima auf der Haut gespürt habe. In dem Moment wusste ich, mein Leben ändert sich. Ich wechsle die Branche. Also ich bleibe in der Baubranche, aber ich wechsle die Branche, also aus der Betonbranche raus in die Lehmbaubranche. Und so habe ich dann angefangen. Das Trocken zu produzieren, das hat vorher auch so keiner gemacht. Dafür haben wir auch schon vor ein paar Jahren mal einen Innovationspreis bekommen hier. Also einerseits die Komponenten trocken zu verwenden. Das muss man so erstmal haben, muss ich damit auskennen, was nehme ich da. Und dann dementsprechend dann mischen mit einer Rezeptur. Die muss man ja erstmal erarbeiten, das muss man entwickeln, erforschen und so weiter. Und dann dementsprechend, wenn das dann einmal gelungen ist, dann in großer Menge produzieren. Und genau das ist das, was wir hier machen. Ich brauche also Ziegelmehl, keine Recyclingware, keine alten Dachziegel oder sowas, sondern das sind die Fehlbrände aus den Ziegeleien. Also nach wie vor ein Naturprodukt, nur einmal gebrannter Ton. Kleingemal durchgesiegt, 0 bis 2 Erkörnung in dem Fall. Dann brauche ich das Tonmehl, also den ungebrannten Ton, das ist der Klebstoff. Also das ist ein, von der Körnungsgröße her, kleiner als 2 µ. Das ist also richtig fein. Und das dritte ist dann der Sand. Ein bisschen Sand muss sein, ist das Teuerste. Wobei das Mischungsverhältnis jetzt nicht nach Rezeptur ist, sondern einfach nur nach Gewüh. Und das kann ich mischen. Und die Rezeptur bleibt gehypt. Dann kommt es, weil ja vielleicht in dem Reifen des Radladers noch ein Steinchen drin sein könnte, wird es dann noch einmal gesiebt. Von da aus in den Trichter, wo es in die Big Packs abgesackt wird. Oder von da aus in den Trichter, wo es in die Absackanlage für die 25 oder 30 Kilo Säcke geht. Dann habe ich immer das gleiche Produkt. Und dann kann man das einlagern, das ist ja trocken, das hält ja ewig. Das kann doch nicht einfrieren. Trocken angemischt, trocken abgesackt, trocken auf die Baustelle. Keine hohen Kosten. Bingo. Kost die Hälfte. Als sonst. Damit haben wir erreicht, und das war auch ein Ziel, dass wir den Lehmputz in einem 25-Kilo-Sack produzieren können, wie vergleichbare andere Werkstoffe, Baustoffe auch. Also wie einen Gipsputz zum Beispiel. Und dann ist das erschwinglich geworden. Der Lehm muss also nicht teuer sein, wenn man weiß, wie man es macht. Diese Renaissance des Lehmens erleben wir in den letzten Jahren, dass vor 20 Jahren wirklich nur die Restaurierung oder der Vollöko mit langen Haaren irgendwie der war, der den Lehm haben wollte. Und heute sind wir eigentlich komplett in der Gesellschaft angekommen. Und es geht gar nicht nur noch um, ob es ökologisch ist oder nicht, sondern es geht auch um Wohnqualitäten, um Feuchterausgleich im Gebäude. Ob ich jetzt eben mein Gebäude mit einer zentralen Lüftungsanlage und Umluft- und Abluftanlage ausstatte oder ob ich einfach sage, ich gehe auf ein altes Material, was eben diesen Feuchterausgleich auch gut so hinbekommt, ohne Großtechnik einzusetzen. Das heißt, der Lehm ist auch im Neubau wieder angekommen. Wenn wir sagen, die Hälfte unserer Mengen gehen in Neubauten, dann ist das der Trend. Lehm kommt wieder, auch im großen Stil. Wir füllen ja auch in Silofahrzeuge ab. Da kommt ein Silofahrzeug bis 25 Tonnen, geht da rein, fährt irgendwo hin, bläst das dann in so ein Standsilo, wie man das von den Baustellen kennt. Und da ist dann eben kein Kaltzement, kein Gipsputz, sondern das Lehmputz drin. In Archiven, in Museen, überall wird der Lehm jetzt wiederentdeckt, weil er dort das einzige Instrument ist, als Bauinstrument, was, ohne dass ich irgendeine elektrische Anlage brauche, benötige, das Raumklima reguliert. Naturkundemuseum Berlin. Tonnen sind da, mehrere Züge, Silofahrzeuge hingegangen. Und ganz normal mit den ortsüblichen, mit den handwerkerüblichen Putzmaschinen an die Wand gekommen. So, gehst du da oben in die Ecke, ja. Man kann es jetzt noch ein bisschen einziehen lassen. Ja, spürzen wir erst den Rest. Sehr gut. Vielen Dank. Vielen Dank.